Ich glaube, hier haben wir den weitgereistesten Fan, der hier zum Treffen der Ehemaligen gekommen ist. Wer ist das bitte? Ich bin von Schmitz und komme aus Mönchengladbach. Wir sind 700 Kilometer gefahren, fahren heute Abend noch zurück. Wir sind um halb sechs, heute Morgen groß. Wir sind dann heute Abend, heute Nacht, irgendwann zu Hause. Aber was macht man nicht als ein Verein? Ein Verein, eine Liebe. Da muss es eine Riesendiebe sein. Wie kommt die zustande? Als Gladbacher bist du Cottbusser eigentlich? Nein, ich bin geborener Gladbacher. Ein Kumpel von mir, der kommt aus Luckau hier. Und er ist da geboren und er hat mich zu dem Verein gebracht. Wir haben früher schon immer die Spiele gewonnen. Wir fahren auch mit dem Westen, fahren wir auch zu den Ausländen. Noch immer, ja? Noch immer. Seid immer noch treu. Der nächste war Fortuna Köln. Ja. Wo ist der Dortmund am Akteur? Dann wollen wir mal hoffen, dass es wieder aufwärts geht, dass du wieder ein bisschen besuchen kannst, die Spiele. Wenn sie jetzt Erster geworden wären, wären sie ja im Westen schon in Köln gewesen. Richtig, richtig. Na, dann geht mal schön hin und drückt mal für Köln die Daumen, dass wir Jena los sind hier unten. Natürlich, das machen wir immer. Alles gut und kommt gut nach Hause. Schön, dass ihr da wart. Danke schön. Danke dir.